Den hier können wir manuell drücken. Den da oben glaube ich nicht. Oh, hier sind noch Blöcke. Das ist ja super. Aber anscheinend nur zwei. Also haben wir den Block nicht verschwendet. Das ist auch schon mal gut. Also hoch, 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 hoch und ganz nach rechts. Na komm, ich will dich nicht aus Versehen angreifen und kaputt machen. Oh, aus Erschöpfung bist du schwach und unbeweglich. Also auch Bewegung und Gegenstände bewegen macht einen müde. Hätte ich nicht gedacht, dass sie auf sowas mit eingehen. Das zeugt ja schon von relativ guter Programmierung. Und es waren doch drei Blöcke, das heißt wir hätten keinen beschwören müssen. Aber naja, wir haben ja noch ein paar davon. Ist schon okay. So, und jetzt müsste gleich die Tür da hinten aufgehen. Genau, die da. Da wollen wir hin. Also wir gehen einfach mal davon aus, wo wir hinwollen, weil sie vorher zu war. Und wir wollen hier überall hinwohnen, wo wir noch nicht waren. Da kommen wir nicht durch. Hier sind überall die... Äh... Okay. Hier ist nichts. Nur fliegende Fäuste. Das ist kein guter Deal. Und die Säulen versperren im Weg. Genau wie die hier auch. Komische Ecke hier. Ähm... Ich... Was zur Hölle macht der da? Ich bewege mich gerade gar nicht. Das macht alles der Computer. Und so viele Bewegungen habe ich nicht eingegeben. Also gehen wir jetzt ganz Schritt für Schritt vorwärts und schauen mal, was passiert. Ne. Sobald wir da zu der Tür gehen, dreht er um und läuft den ganzen Weg. Ah, das ist komisch. Okay, probieren wir mal hier lang zu gehen. So, und jetzt gehen wir von hier ein nach Norden. Das geht. Drehen wir uns. Hm, ich habe mich nicht nach links gelegt und trotzdem ist er schon losgelaufen. Vielleicht muss man einfach nur schnell genug da hinten. Oder ich habe einen Krümel in der Tastatur. Eins von beiden. Na gut, jetzt sind wir hier, heilen uns hoch. Und ignorieren einfach dieses komische Phänomen da vorne. Genau das Phänomen. So, hinter den... Nein, was zur Hölle? Äh... Ja. Stein. Also wenn das gleich nochmal pausiert, dann pausiere ich kurz... Äh, wenn das gleich nochmal passiert, dann pausiere ich kurz und sauge meine Tastatur durch. Aber es kann auch ganz gut eine Falle sein. Also das kenne ich aus anderen Dungeon Crawlern auch. Dass man auf bestimmten Gebieten gedreht wird. Und immer schön auf dem Kompass achten muss, wo man gerade hinguckt. So, Lebensgrücke sehen aber auch nicht allzu gut aus. Aber mit etwas Glück sind wir ja gleich hier oben fertig und können dann runter zu dem... Äh, Heilungsaltar. Ah, komm still. Tu uns den Gefahren. Wir sind wieder schwach. Äh... Äh, Heiltrank. Äh, Quatsch. Mana-Trank. Mana-Trank. Und Heilung. Da geht's auch noch weiter. Da ist ein kleiner Raum und sonst haben wir hier oben nix mehr. Oh, hier hinten ist aufgegangen. Na gut. Da können wir jetzt auch noch vorbeischauen. Irgendwo müsste hier auch die Kapitänskajüte sein. Mal gucken, ob es dann wirklich einen Kapitän gibt oder ob sie das rausgelassen haben. Hier wird der Schlüssel sein. Da kommt schon mal einer. Komm, stirb. Etwas Glück löst deine Leiche die Druckplatte aus. Ach ne, ihr habt ja gar keine Leiche. So viel dazu. Und der Raum ist leer. Ah ne, gut. Ne, ein Teleporter. Ich will keinen Teleporter. Ein Kartentisch versperrt den Weg. Da kann aber nichts klicken. Schade. Oh, Kiste, Kiste. Logbuch des Käptens. Ah, sind wir also im Kapitänsquartier. Ein schwerer Sturm ist aufgekommen. Dies ist ein schlechtes Zeichen. Ja, wenn man Schiffsfahrer ist schon. Als Kapitän dieses Schiffes werde ich dafür sorgen, dass uns der Zauber der dunklen Laterne gut für unsere Fracht bezahlen wird. Wir bringen ihm eine Bestie besonderer Art. Und obwohl uns diese Reise gewiss großen Reichtum bringen wird, könnte dies auch unser Ende sein. Kein Preis ist es wert, dafür im Gebiet der Herrscherin der See zu ertrinken. Denn sie will unsere Seelen. Ja, das will sie wirklich. Das haben wir schon ausprobiert. So. Gehen wir durch den Teleporter oder schauen wir uns erstmal hier unten um? Ach, probieren wir es aus. Oh, hinter dem Teleporter war ein Schalter. Das probieren wir noch gleich nochmal. Um etwas Glück kann ich schnell genug drücken, bevor wir wegteleportiert werden. Und ich habe gerade was ausgelöst. Ah, da oben ist aufgegangen. Gut, dann schauen wir. Ah, dreht schon wieder. Der Teleporter ist weg. Dafür geht es da jetzt weiter. Also ich wüsste... Jetzt ist das da auf. Das ist echt eine komische Gegend hier. Überall gehen irgendwelche Wände auf, gehen Wände zu. Ja, zu. Also ich wüsste nicht, was ich hier um die Karte machen würde. Auf der Karte können wir immer schön gucken, wo es... Oh, 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 oh. Können wir immer schön gucken, wo was aufgeht und wo was zu geht. Ohne müssten wir jedes Mal zurücklaufen. Das wäre echt übel. Und in der Ecke gedrängt zu werden von zwei Zombies ist auch übel. Und schwach und überhaupt und fast tot. Und das sind unsere letzten Heiltränke bis auf die Reserve. Na gut, kann man nichts machen. So, Heiltränke bitte. Oh, noch besser. Muschelplattenrüstung. Endlich. Verringert Schaden um 25. Nicht das Amulett, wir wollen die Rüstung. Die verringert nur um 10. So, du kannst weg. Du kannst ran. Auch wenn es total lächerlich aussieht. Aber 15% mehr Schadensreduzierung ist der Hammer. Also haben wir jetzt 25 dadurch. 10 dadurch sind wir bei 35. Und hier gar nichts. Na gut, aber 35% weniger Schaden ist schon mal super. Hier haben wir noch eine frostige Jungfer. 1d10 und zaubert Fesseln aus Eis. Hm. Okay. Also kann man damit nicht nur mal zuschlagen, sondern verbraucht immer auch gleich eine Ladung. Das ist natürlich nicht so toll. Aber wenn wir mal auf Gegner treffen, die man mit Speeren bekämpfen muss, also irgendeine Art von Drache, dann können wir das Ding benutzen. Dann haben wir einmal den Schaden durch die Speerart und dann noch den Schaden durch den Zauber. Muschelplattenhelm. Juhu, wir müssen nicht mit diesem komischen Ding da rumlaufen. Ne. Verringert Schaden plus 5. Aber er wird wenigstens passen. Sieht aber auch albern aus. Ne, wir behalten die Baskenmütze hier auf. Quatsch, Baskenmütze. Das ist eine, äh, geflochtene, was auch immer Mütze. Baskenmütze? Keine Ahnung. Aber sie ist besser. So, sonst ist hier oben nichts. Wie kommen wir wieder raus? Wir würden gerne... Ach, die an die Kugel macht das. Dann erklärt es auch, warum plötzlich die Wände auf und zu gehen. Das ist aber der eine Stein, der noch hin und her rollt. Welcher auch immer das genau ist, weil wir hatten ja eigentlich die zwei Steine da oben bewegt. Und danach sind sie stehen geblieben. Aber naja. Oh, das war kein Bug. Da ist wirklich ein zweiter. Und dahinter ist nur noch einer. Na gut, sind alles Erfahrungspunkte, die wir bekommen. Und, äh, Gegner, die uns schwächen, weil wir zu viel kämpfen. Naja, solange kein Kind in der Kapitän gleich kommt, der uns töten will, ist alles gut. Genau. Wir würden gerne weiter. Ich bin nämlich ganz schön neugierig, jetzt was die Krake noch alles zu sagen hat. Und ob sie uns danach wirklich angreift oder nicht. So, das alles für nix. Hier flackert nämlich keine Wand. Aber da ist irgendwas. Hm, ist hier ein Schalter? Ne, hier war nur das Schlüsselloch. Ich sehe hier auch nichts flackern. Hm, na gut, hier ist da einfach nix. Das heißt, wir gehen jetzt aus dem Weg von dem Stein. Ah, der hat gewartet. Ich habe es genau gesehen, er hat gewartet. So. Also, wir gehen aus dem Weg von dem Stein. Und gucken, was denn da unten um. Also, da war schon mal ein rollender Stein, den ich vergessen hatte. Aber ob der das jetzt war, der die Türen da oben öffnet oder nicht. Hm. So, hier haben wir nur eine Sackgasse. Das heißt, wir haben noch da die Ecke und das Fitzelchen hier. Heißt, wir müssen uns einfach nur, äh, nächste Tür links und dann gucke ich wieder auf die Karte. Äh, hier. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier.